Hi und willkommen zurück zu einem neuen Update vom Bau des Flughafens 2.0. Heute will ich euch erzählen, wo ich für meinen Flughafen eigentlich die Inspiration herhole. Viele Ideen, die ich bei meinem Flughafen umgesetzt habe, sind nicht frei ausgedacht und auch oft mit Hilfe von anderen Personen entstanden. Demnach finde ich es eigentlich auch einfach nur fair, wenn ich heute mal diese Personen in diesem Video erwähne. Einen Flughafen an sich zu bauen, dazu musste mich keiner kriegen. Seit 2010 sammle ich Modellflugzeuge und von Anfang an wollte ich für diese Modellflugzeuge einen Flughafen bauen, damit ich diese Flugzeuge eben auch vernünftig darstellen kann. Aber nun mit dem Neubau sollte das erste Mal etwas entstehen, bei dem ich mit den Bautechniken wirklich zufrieden sein kann. Und hierbei habe ich Hilfe gebraucht. Ein ganz großer und wichtiger Name war hierbei Oliver Lessiggy Airport. Ob er es nun weiß oder nicht, aber er war der ausschlaggebende Grund, meinen Flughafen neu zu bauen. Mit den damaligen Gebäuden an meinem Flughafen war ich nämlich mal so gar nicht zufrieden. Ich wollte unbedingt künftig stabile Gebäude bauen, die eben auch gut aussehen. Und wenn man in die Story-Highlights vom Olli schaut, dann findet man schnell, wie er seine Terminals gebaut hat. Durch ihn bin ich auf eine Spezialpappe gestoßen, mit der ich die Gebäude an meinem Flughafen umsetzen konnte. Mit einem Ergebnis, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Vorher habe ich immer Verpackungsmaterial für den Gebäudebau benutzt, was weder gut aussah, noch irgendwie stabil war. Bei Oliver konnte ich dann aber sehen, dass es auch besser geht und vor allem nicht viel schwerer ist, als das, was ich vorher gemacht habe. Und mit dieser Erkenntnis entschied ich dann wirklich endgültig, meinen Flughafen neu zu bauen. Eine weitere Inspiration waren für mich noch die Accounts Rambo Wings und Aviation 1-400 Scale. Dort trifft man auf solch eine Liebe zum Detail, die ich auch so was von gerne darstellen wollte. Aber klar, hierzu braucht es nicht nur das richtige Zubehör, sondern auch einen Flughafen, der halt gut aussieht. Und am Flughafen ist es gescheitert, Zubehör kann man sich natürlich kaufen. Der Ansporn war hier also direkt da, beim Neubau alles so auf die Reihe zu bekommen, so dass es auch einfach gut und realistisch aussieht. Ein ganz praktischer Faktor war hierbei aber auch noch, dass Rambo Wings selber eigenes Flughafen Zubehör verkauft. Das sich mit dem Zubehör von Herpa halt super ergänzt. Und natürlich habe ich dann über die Zeit bei ihm auch fleißig eingekauft. Das Zeug ist wirklich verdammt gut. Kann ich nur empfehlen. Ein weiterer jemand, der mir sehr half, war die Person, die hinter dem Account Bern International Airport steckt. Ich hatte vor dem Neubau noch nie auf diese Art und Weise mit Farbe hantiert. Welche Farbe sich hierfür eignet, beziehungsweise wie ich an die Farben herankomme, das war mir noch ziemlich unklar. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich verschiedene Grautöne gebraucht hätte und das in matter Farbe. Ich durchstöberte mehrere Baumärkte, aber meist fand ich nur einen einzigen Grauton. So kam ich zu keinem Ergebnis. Und da eilte Bern zu Hilfe. Er gab mir ein paar Tipps, wie er das Ganze bei sich gelöst hatte und verriet mir auch, dass man sich die Grautöne mit weißer und schwarzer Farbe problemlos zusammenmischen kann. Diese Herangehensweise, die half mir wirklich sehr. Und so etwas kann ich wirklich jedem empfehlen, der anstrebt einen eigenen Modellflughafen zu bauen. Sich von anderen Leuten inspirieren zu lassen und etwas Neues zu schaffen, ist eine tolle Sache. Doch man sollte abwägen können, ob man gerade jemanden kopiert oder eigene Kreativität zeigt. Niemand hat etwas gegen Inspiration. Nur indem man andere Personen kopiert, macht man sich eventuell etwas unbeliebt. Demnach macht euer eigenes Ding und erschafft etwas Neues. Das ist der beste Weg, den man wählen kann. Und mit diesen Worten haben wir das Ende von diesem Update erreicht. Dementsprechend lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.